Ja? Ich bin ein neuer Lehrer. Ich hab' Sie da noch nie gesehen. Ja, weil ich neu bin. Morgen. Wer ist das, Frau Lehrer? Das ist deiner Fuchs, meine neue Assistent. Sie sieht jetzt schon aus wie ich anfangen. Frau Amgattinger, hast du Blut aufgetragen? Fuchs, willkommen im Strafel-Tipp. Kitabi, Jugendgerichtshilfe. Fuchs, ich bin ein neuer Lehrer. Ich bin da, um die Frau Berger abzulesen. Da sind Sie nicht der Erste. Hey, 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 hey! Wer darf denn mit? Da ist es eng. Gibt's keinen Platz für Fehler. Sie ist ungeduldig, aggressiv, hat sich die Haare geschnitten. Man darf ja nicht vergessen, mit wem man's da zu tun hat. Wollen Sie gar nicht wissen, warum die da sind? Waufhandel, Körperverletzung, Vergewaltigung, Mord, wer weiß. Hörst einmal wirklich nur auf euren Herzschlag. Wer will einen Apfelstrudel? Ich bin unklar. Ihre Kollegin bringt viel zu viel Unruhe in den Betrieb. Du musst das visualisieren. Gut, werft sie mich raus, ist mir wurscht. Aber lasst den Kindern das wollen. Mach ihnen das Leben da, hör ihnen erst so zur Hölle. Hilfe! Wieso sind Sie hier? Uns nimmt sowieso keiner mehr. Was soll ich jetzt machen? Das Richtige, Fuchs. Sperre die Tür auf! Die tut sich was an! Ich bin trotz niemals geboten! Frau Lehrer, Picasso kann mir den Schwanz lutschen. Wer will dir deinen Schwanz lutschen? Wer will dir deinen Schwanz lutschen? Frau Lehrer, aus der Schwanz lutschen.